Lieben, willkommen zurück zu Hypnospace Outler. Tja, und dieser verrückte Psycho-Timageddon, anders kann man sich sagen, der hat hier das halbe Hypno-OS infiziert mit seinem kranken Virus da. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ja, sein Passwort zu knacken, denn er ist ja scheinbar verliebt in diese, wie hieß sie denn, Tiffany gewesen oder so. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß jetzt. Und die hat er immer liebevoll Marshmallow genannt und das war das Passwort. So, jetzt haben wir das geknackt und jetzt können wir hier auf diesen Disable Scary Mindcrash Stuff-Button drücken. Aber ich möchte natürlich nochmal lesen, was er denn seiner Geliebten noch so hinterlässt. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn sie sich von dem getrennt hat oder wenn die ganz, ganz weit weg läuft von dem, weil... Ja, es ist schon ein bisschen verstörend, was scheinbar in seinem Köpfchen vorgeht, ne? Also, die Regentschaft von Tim hat begonnen. Hey, Marshmallow, äh, ich meine Tiffany. Ich bin's, Tim. Ähm, ah ne, das ist vom Prinzip her... Moment mal. Das ist, äh, ne, das müssen wir uns gar nicht durchlesen, weil das ist genau das Gleiche, was wir heruntergeladen haben von, äh, von dem Fliss-Server. Das heißt, Disable Scary Mindcrash Stuff-Button. Hypnospace 2.0. Ja, wie geht's denn, Teantopians? Counselor Ronny ist hier. Teantopia ist einfach nur so ein cooler Platz, äh, und... Ich hab, äh, entschieden, äh, Kindern und... und jungen Leuten, äh, bis 10 Jahre abzuhängen mit uns. Richtig verrückt, oder? Eltern! Also, kommt auf meine Seite, kommt auf meine Seite. Was ist denn jetzt los? Was passiert jetzt? Hypno S is downloading now. Installation complete. Irgendwas wurde jetzt installiert. Kann ich erstmal gucken, was... Okay, irgendwas installiert jetzt hier. Hypno Outlaw 0.9.9. Mhm, ist... Incomplete. Nicht neu starten oder ausloggen. Dispatch. Wow, da, guter Job. Was? Was? Oh Gott, jetzt kratzt es hier komplett ab. Okay. Schön, Timmergeddon. Ich glaub, der startet jetzt einen Cyberangriff. Oh, du Scheiße, nein! Nein, oh Gott! Ja, Timmergeddon lässt das nicht auf sich sitzen. Ja, Doc, oh Gott! Äh... Ich kann nicht... Scheiße, ich kann nicht auf meinen Hypno-Cure drücken. Oh Gott! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Krass, äh, gut, dass so ist das, ne? Der lässt seinen nicht locker. Also, ich meine, ich hab jetzt sein tolles Projekt zerstört. Oh, du Scheiße! Was passiert hier? Kann ich überhaupt irgendwas drücken oder muss ich das jetzt einfach über mich ergehen lassen? Oh Gott! Von wegen, das gibt's nicht. Haben wir jetzt das aktiviert? Haben wir jetzt den Datencrash aktiviert? Oh, du Scheiße! Wir haben das Internet zerstört! Äh, es ist offiziell! Oh, oh, oh! Okay. Irgendwas passiert jetzt, ja? Haben wir jetzt das Kopfband abgelegt? Das sind doch jetzt gerade Fensterläden, die wir ja sehen, oder? Oder unser Gehirn hat sich durchgebrannt. Das kann auch sein. Ach, du Scheiße! Was? Der hat uns jetzt umgebracht, nur mal so zur Info, ne? Der hat anscheinend diese, äh, Kopfbander gehackt und da sind sechs Leute gestorben und wir waren wahrscheinlich einer davon. Oder leben wir noch? Leben wir noch? Scheiße, Alter! Der Typ ist wirklich komplett psycho, ey! Data recovered. Please log in to complete recovery process. Muss ich, äh, Funktioniert das wirklich? Jahre später. Hätte ich aus dem Koma erwacht, oder was? Alter, dieser Timageddon. Was für ein Psycho. Ich hoffe, Tiffany lebt noch. Okay, es ist immer noch Hypno S2000. 2022, wiss? Welcome back, Doc. You left ME unplugged for like 20 years. Was wrong with you? Warte mal. Halt, halt, halt. Ja, heute ist der 23. März. Also wir haben jetzt 20 Jahre diese, wir haben das jetzt verstauben lassen, 20 Jahre in der Ecke. Und, äh, ja, jetzt setzen wir uns das auf. Das ist ja krass. Das heißt, wenn ich das Spiel jetzt in 10 Jahren gespielt hätte, dann wären es wahrscheinlich 30 Jahre gewesen. Ähm, Hypno Space Archivprojekt-Team. Äh, du sollst deine, äh, du kannst deine, ich muss das erst mal verarbeiten, das kann passieren, das ist total krank, ey! Dieser Timageddon, meine Fresse! Ich, der ist jetzt sechs Jahre, der ist jetzt übrigens im Knast, deswegen, ne? Gucken wir mal, ob der uns nochmal auf, äh, ob das nochmal auf uns zukommt hier. Also, auf jeden Fall kann ich meine, ähm, befreundeten, oder zumindest meine Kollegen kennenlernen, bezüglich des, äh, Archivprojektes, ne? Oder der Mindcrash. Alles, äh, bezüglich des Mindcrashes. Und was passiert ist am Ende davon. Erstmal gucken, was habe ich denn jetzt hier? Okay, die sieht auch ein bisschen gruselig aus hier. Jetzt lesen wir uns das mal durch. Hey, hey, Doc, äh, ich kann gar nicht sagen, wie großartig es ist, von dir zu hören. Ja, danke. Es, sie waren Dekaden, aber ich weiß, ähm, ja, ich weiß, dass es hier irgendwie einen geben muss, mit einem, äh, funktionierenden Enforcer-Kopfband. Ich und ein paar, äh, ehemalige Hypnospace, äh, Bürger, in Anführungsstrichen, ähm, haben ein, eine Gruppe gegründet, ja, ähm, um Content, um, äh, Inhalte zu retten, äh, von dem, ähm, also von dem Ding. In den, in den späten 1999er-Perioden bevor, äh, vor dem Crash. Wir waren, äh, wir haben es nicht geschafft, äh, jemanden zu finden, der mit Merchantsoft, äh, involviert war. Außer Artie, aber das ist eine andere Geschichte. Und wir sind ziemlich sicher, dass, äh, die Backup-Server, äh, schon längst, äh, schon längst weg oder schon längst vernichtet wurden, ähm, als Merchantsoft, äh, ja, ja, geradet wurde, also sozusagen, ne, vernichtet wurde. Ähm, du repräsentierst den ersten, äh, großen Durchbruch, den wir, äh, hatten, seitdem wir ein Stück Geschichte, ähm, ja, präserviert haben. Und, ähm, was ansonsten längst verloren wäre. Bitte checke, äh, check deine, ähm, verloren und gefunden Seite in deinem Infranet und hilf uns, äh, ein paar von diesen Dingen hier, äh, ja, zu finden, ne? Äh, ich habe zusätzliche, äh, ich habe zusätzliche Aufgaben für dich, wenn du uns helfen kannst, ein paar von diesen Dingen, äh, zu finden, ne? Enforcer-Kopfbänder-Einheiten, äh, hätte ich eine Teilgebe, haben einen, oder hatten einen, einen kompletten Gigabyte, äh, von internen, äh, Festplatten-Platz, so, ne? Aber, unser, ja, unsere Vermutung ist, dass, äh, die Enforcer-Einheit, äh, da wo ist Mini, dass sie auch so in so einer Art Mini-Backup-Server, äh, also dass sie auch als Mini-Backup-Server, ähm, funktionierten neben dem, ja? Ähm, was natürlich nicht erzählt wurde, äh, den, äh, unbezahlten Moderatoren, die, ansonsten, sag ich mal, das Ding, äh, ausgeschlachtet hätten für seine einzelnen Teile, ja? Wir haben ja keines Programm gecodet, das, äh, dir helfen wird, die, äh, die Dateien zu extrahieren, äh, in deinem Kopfband und, äh, sie zu uns, äh, hochzuladen. Downloade und installiere das, äh, ich hoffe, jetzt nicht wieder ein Virus, dass wir jetzt wieder einen halben Schlaganfall bekommen, äh, um zu starten, ja? Wir sind sehr, sehr aufgeregt, äh, oder, ja, und wollen mal sehen, äh, was du so ausgraben kannst. Chelsea, PS, äh, checke die Zone, äh, Zone, die wir, ähm, für dich, ähm, die wir extra für dich eingerichtet haben, um mehr über deine, ähm, ja, deine anderen HAP-Mitglieder rauszufinden. Oder, ähm, du kannst auch, äh, natürlich, äh, kannst auch mal gucken, was passiert ist, indem du dem Minecraft-Server folgst. Hypnospace, Aschiebe, Browser, Intranet. Ah, das ist das, okay. Das ist ja sehr interessant. Obwohl ich, ich weiß nicht, ich möchte eigentlich nichts installieren, was die mir schickt. Also die sieht auch so aus, wie, äh, äh, ich fresse dich auf, wenn du, wenn du, wenn du schläfst, na gut, installieren wir es mal, wenn sie das sagt. Alter, Falter. HAP. Okay, what the fack. Hover over an archive. Ich soll über eine Seite, äh, drüber fahren, um, um Details zu bekommen. Important Message received from HAP-Tamara. Tamara. Was will denn Tamara jetzt von mir? Ach ja, die kennen wir doch, ne? Die hat doch ihre Gedichte da, ihre coolen Rap-Gedichte auf ihre Seite gestellt. Hallo, ihr alle. Erstmal möchte ich, äh, euch ein herzliches, warmes Willkommen, äh, also, ja, unserem neuesten Mitglied ein herzliches Willkommen aussprechen, nämlich dem Doc. Ja, wir könnten gar nicht glücklicher sein, äh, dass wir dich haben. Äh, äh, das Hypnospace-Archivprogramm, äh, braucht mehr, ähm, ja, mehr, ähm, Aufmerksamkeit von außen und, äh, damit es überleben kann. Um es jetzt mal kurz, äh, kurz zusammenzufassen, wir brauchen, äh, wir brauchen attraktive, ähm, Spender, ja? Mein eigener, mein, mein eigenes Social Media oder sowas reicht nicht aus, äh, reicht soweit nicht aus. Die Kinder, die das, äh, die meine Bücher lesen, erinnern sich, äh, nicht an die Forum, äh, an die Foren, ja, oder gar an Hypnospace. Jetzt graben wir sozusagen, jetzt spielen wir ja Archäologen, sozusagen digitalen Archäologen. Äh, ja, ich, äh, ich hab darüber gelesen, wie ich, äh, Leute auf einem persönlichen Level, äh, herankriegen kann und hab herausgefunden, dass Musik, äh, eines der stärksten Stimulatoren ist, das sowohl die Erinnerung als auch die Emotion anspricht. Ähm, um, also, fortsetzend, da, oder, äh, anschließend daran ist unser Ziel, ähm, dass wir ein paar, äh, Musik, musikalisch bezügliche Dinge halt finden, äh, auf unserer Lost and Found Seite. Erinnert euch daran, dass ihr zwischen den verschiedenen Daten, äh, hin- und herswitchen könnt, indem ihr das HAP-Tool verwendet. Äh, lasst uns diese Nostalgie hier jetzt mal wieder richtig schön ausgraben. Na, wie funktioniert denn das jetzt hier? Ach du Scheiße, sollen wir uns jetzt alles angucken, oder was? Was ist das? Was ist das? Ah, jetzt ist hier das Spiel, ja. Was ist das Ziel davon? Also, einfach überleben. Ja gut, das muss ich jetzt nicht spielen. Ist ganz nett, aber, oh, jetzt habe ich mich ausgelockt. Das wollte ich natürlich nicht. Ja, Moment. Jetzt habe ich es wieder kleiner gemacht. Mensch, das will ich gar nicht. So, jetzt wird man wieder hier. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was jetzt hier die Aufgabe ist, also. Wir könnten das jetzt alles durchgucken. Mein Crash Attack. Ja, da füllen wir natürlich nicht unser Geld. Aber wir können erst mal jetzt, äh, wir gucken uns das jetzt erst mal an. Ja. Also, nur mal zur Info, ist das jetzt hier, äh, was ich jetzt nicht ganz verstehe, äh, Good Car Game Achievement. Ja, was wir jetzt hier haben, ist doch vom Prinzip einfach nur so ein zusätzliches Ding, oder? Also, wir könnten uns jetzt die alle noch ganz in Ruhe angucken, ja, dass ich das jetzt verstanden habe. Wie komme ich jetzt jetzt zurück zu diesem Intra-Infranet da? Nur da möchte ich nochmal zurück. Äh, müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Hypnospace Archive Project. Ich hatte doch gerade, bin ich aber nicht da, wo ich sein möchte. Äh, ja. Also, vom Prinzip ja könnte ich jetzt wahrscheinlich einfach um das Spiel wirklich komplett zu, also so richtig zu kompletieren. Wir haben jetzt ja die verschiedenen, äh, Zustände. Das heißt eigentlich, ach du Scheiße. Also möchte ja jetzt vom Prinzip ja, dass wir, dass wir das alles entdecken noch, was wir hier haben, oder wie? das ist ja die ganzen Seiten, die wir in dem Spiel uns angucken können. Ja, wartet mal ganz kurz, ich muss mal was nachgucken. Also Leute, passt auf. Ähm, ja, das ist jetzt halt wirklich, äh, ich sag mal so, dass den, den letzten Teil des Spiels werde ich wirklich mit Komplettlösung machen. Also, ne, nicht weil irgendwie, äh, die Sache ist, ich müsste jetzt wirklich all das hier durchsuchen, dann irgendwie durch Zufall darauf kommen, oder sowas, und, äh, ja, das wäre alles ein bisschen, ein bisschen, also, bis ich das hingekriegt habe, also jetzt bei, bei aller Liebe, aber, ja, als allererstes gehen wir mal, wir machen das jetzt einfach mal hier eins nach dem anderen. Also, das, ich verstehe ja schon so, dass das jetzt, äh, einfach nur so zusätzliche Dinge sind, dass das Ende jetzt, das mit dem, äh, Timmergeddon war, ja, und dass wir jetzt hier noch so zusätzliche Sachen freischalten können, das machen wir einfach. So, also es gibt scheinbar ein, ein Song von, ähm, von Chaudermann, der verloren gegangen ist. Und den können wir, den können wir öffnen, muss ich mal ganz kurz gucken, ähm, indem wir die Cruncher-Home-Seite öffnen. Ja, also ich hoffe, wie gesagt, es ist halt, äh, ja, also ich, ich meine, ich wüsste gar nicht mal, wo ich jetzt hier anfangen sollte, ich meine, man hat ja keinen wirklichen, man hat ja keinen wirklichen Anhaltspunkt, das sind jetzt für die Leute, die wirklich jede einzelne Seite nochmal durchgucken wollen, aber, äh, ja, also ich finde das Spiel wirklich grandios, versteht mich nicht falsch, ne, also es ist wirklich ein tolles Spiel, ähm, aber gerade jetzt in Alienware ist das jetzt schon ziemlich schwierig, und ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde das nicht rausfinden, so. Ja, Chauderman, wir kennen dich schon, alles klar. So, Chauderman, Eric Coleman. So, jetzt haben wir ja die ID von dem, ähm, und jetzt können wir, jetzt können wir hier wieder das oben eingeben, und können seine, seinen verloren gegangenen Song finden, ich wüsste zwar nicht, wo mir das jetzt angedeutet wird, dass der jemals einen Song verloren hat, aber wir nehmen das jetzt einfach mal so hin, so, also, das wäre F00088D, nur da müsste jetzt gleich hier Chauderman kommen, na, come on, nichts hier, hier ist noch nichts, ich muss irgendwie erst mal diesen Computer rausfinden, äh, kommt später wieder, äh, don't check back, because this is private, äh, oder ne, weißt du was, kommt hier noch nichts zurück, das ist privat, du, du, du kleiner Scheißer, ja, du, Schnüffler, also, da müssen wir aber erst mal gucken, na, warte mal, da sind wir jetzt, da sind wir jetzt hier zum falschen Zeitpunkt irgendwie, ne, vor dem Crash, machen wir das mal hier, was ist denn, wenn wir jetzt die Seite öffnen, ach, so, und da können wir nämlich, äh, One-Legged-Man-HTX downloaden, Downloading Unilegit-Man, Downloading Unilegit-Man, 1, Unilegit-Man, 2, Ja, also vom Witz her könnte man jetzt wahrscheinlich hier alle Seiten durchlaufen, dann wirklich uns diese Headband-IDs angucken und im besten Fall würden wir da was rausfinden, aber ganz ehrlich, das ist, äh, ja, das würde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, so, jetzt kriegen wir hier noch ne, Team-Strategie haben wir schon, ja, wow, also sind die, äh, Gerüchte wahr, Eric und ich haben, äh, sehr kompatible Auren, ne, und ich kann, ich kann nicht leugnen, das, äh, ich kann nicht sein, äh, sein wahres Talent für, also sein Talent und seine, seine lyrische, seine schier, lyrische Brillanz leugnen, ich bin sicher, dass One-Legged-Man ein Hit wird, arty, so, jetzt haben wir die Nachricht bekommen, herzlichen Glückwunsch, das freut mich, ähm, so, jetzt kommt, äh, der Lost Case Nummer 2, Lost Early Song Demo Recordings, ähm, bla 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 bla, äh, so, ähm, wie ist die Vorlese Point in der Game, okay, okay, ja, so, jetzt kommen wir hier oben, Flip-Flop eingeben, also, was wir nochmal machen können, theoretisch, brauchen wir jetzt hier, äh, das weitermachen, Moment mal, jetzt hab ich das erst mal verstanden, hier, so, ne, ja, Intranet, so, wir müssen das nämlich jetzt umschalten, so, jetzt haben wir das Intranet, und jetzt können wir doch bestimmt zur Hauptseite gehen, genau, Lost and Found, ah, oh, na gut, das wusste ich jetzt gar nicht, okay, hier steht nämlich, was, äh, was gesucht werden soll, oh, da hab ich das falsch verstanden, scheiße, das war jetzt mein Fehler, äh, ja, Frost ist, äh, T-Frost ist hier, ja, der gleiche, T-Frost, äh, Road between the, irgendwie, Spaces, bla, 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 also, hier haben wir Dinge, die existieren können, die nur in Hypnospaces existieren können, und, äh, ansonsten, äh, in der Zeit verloren sind, wir brauchen, äh, view the pages that these things exist on, also, du musst die Seiten finden, auf die, äh, die existieren, äh, bla, bla, ja, so, Chowderman, äh, bla, 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 dick ab, the song, so, L-A-F-02, Early Song Demo Recordings, von einer, jetzt, äh, von ihr jetzt, ne, die jetzt auch eine, äh, berühmte Rapperin ist, Keith, J, ein, äh, so ein, ein Freund, ein, äh, sehr naher Freund von mir, und auch ein, sehr berühmter Rapstar, erinnert sich, äh, daran, seine Musik im Hypnospace hochgeladen zu haben, als er seinen, äh, frühen 20er Jahren war, ne, äh, aber er hat nie irgendwie die Aufmerksamkeit bekommen, die ihm zusteht, so, äh, alles, an was er sich erinnert, ist, dass ein Guy, äh, ein Typ, ähm, was gelöscht hat, äh, oder dass der Typ ihn von der Auflistung gelöscht hat, und gesagt hat, dass seine Musik, äh, keine, äh, ja, keine wirkliche, echte Musik war, denn es war, äh, denn es war Flipflop, und dass er, äh, it was Flipflop, und, äh, dass er, äh, ja, viel mehr etwas machen sollte, was ein bisschen, äh, kreativer ist, ähm, ich hab mich gefragt, oder ich, äh, ich hab ihn gefragt, ob er irgendwelche, äh, Suchtext verwendet hat, und das wusste er auch nicht, äh, und so, das, äh, deswegen konnte man ihn wahrscheinlich schwer finden, äh, wenn du das finden wirst, es wäre ein huge, huge Deal, und das, den Rest gucken wir uns mal später an, oh, gut, das haben wir jetzt hier, Artys Page, also jetzt sind, das sind unsere Freunde, da gucken wir uns die mal an, ja, wunderschön, den kennen wir ja schon, äh, Artie Dispenser, ja, das ist nicht seine original Hypnospaces-Seite, Introduction, die Zeit schwebt, oder fließt, fließt, seit Strömen, vergangen, 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 ähm, hast du Hypnospaces im Jahre 98 bis 99 verwendet, Hypnospaces, haben wir das wirklich verwendet, oder, oder hat es uns verwendet, ach, das ist auch so ein esoterischer Spinner, ich sehe schon, der arbeitet jetzt wahrscheinlich bei AstroTV, ja, als, äh, AstroTV-Tante, mit Bart, ähm, ja, und wenn das so war, ähm, hatte ich irgendwas peinlich berührt, ähm, ja, peinliche Berührung, oder so, Peinlichkeiten ist eine Schande, ähm, Humiliation ist, also, äh, Demütigung ist Schmerz, ähm, Peinlichkeit, bin ich nicht, sind nicht wir, ach du Scheiße, hat er es geschrieben, als er auf Drogen war, oder was, das ist ein Dahlungs, aber, äh, was machst du jetzt, Liebhaber, Designer, und ein Geber, ähm, Brüder der Hoffnung, Agent des Friedens, ein, äh, ein Geist, der mit Wunder gefüllt ist, das bin ich, okay, ich hoffe, ich treffe dich niemals in echtes, so Chelsea, okay, Chelsea ist ein scheitender Muschel, äh, bla, bla, hallo, äh, tut mir leid, äh, ja, dass ich kein, äh, so, ja, wenig vorhanden im Bild, ähm, ja, ich muss erstmal so ein gutes, äh, ja, ein gutes finden, ähm, was ich hochladen kann, ich bin Chelsea, äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich jemand an mich erinnern kann, weil ich, äh, nie meine eigene Hypnospace-Seite gemacht habe, oder Chit-Chat verwendet habe, aber Hypnospace war ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens, also sie hat es genutzt, aber hat keine eigene Seite gekriegt, oder hat, äh, Chit-Chat verwendet. Dieses ganze Archive-Projekt war meine Idee, und, äh, äh, durch Tamara, oder, äh, dank Tamara, ähm, wurde ich interessiert, herr, ja, die hat mich daher halt geholfen, dass ich, äh, die hat mir halt, äh, mich halt, sag ich mal, mein Interesse gesteigert, so, hast du Hypnospace wieder 98 bis 99 verwendet? Ja. War irgendwas peinlich daran? Nee. Ähm, wenn ich jemals, äh, irgendeine Seite gemacht habe, ähm, hätte ich auch ziemlich, äh, viel da geteilt, so. Ähm, was machst du jetzt? Äh, nicht viel, um ehrlich zu sein. Ich arbeite nur in einem, ich habe nur so einen ganz langweiligen, äh, Bürojob, und, äh, ja, sozusagen, ich denke auch oft nach dem Hypnospace, in meiner Freizeit, ja, ähm, ich kann es kaum erwarten, was wir alles so ausgraben werden. Tamara, yeah, hallo Tamara, Hallöchen alle, hier ist Tamara. Vielleicht erinnert, äh, erinnert mich heute, oder erkennt man mich heutzutage unter den Namen Tee Frost. Wenn Chelsea, äh, als Chelsea mich, äh, sozusagen nach mir gegriffen, nach mir gegriffen hat, klingt falsch, äh, weiß nicht was ich meine, versucht hat, mich zu erreichen, ja, ähm, äh, um mir bei diesem HAP-Projekt zu helfen, ja, äh, bin ich, bin ich wirklich im Basis des Wortes in die Luft gesprungen vor Freude, ja, da war irgendwas Spezielles an, äh, bezüglich Hypnospace, ja, es hat sich angefühlt wie, äh, ein lebendiger, äh, ein lebendiger Ort, ja, die Leute, ähm, da draußen haben versucht, äh, die Leute da draußen, die versuchen diese, ähm, ja, diese Geschichte aufrecht zu erhalten, das hat mich sehr stark inspiriert, ja, Entschuldigung, äh, wegen dem alten Bild, ähm, hast du das benutzt im Jahr 1998, na klar, ähm, war irgendwas peinlich, ich weiß es nicht so genau, es ist Jahre her, für mein Alter zu der Zeit, äh, war es bestimmt, war es bestimmt so, ne, die junge Tamara, äh, wusste nicht wirklich, äh, wohin sie ihr Leben führen würde, sie war, äh, wie, sie war ein Herbstblatt, das hinweggeblasen wurde, äh, von Leuten, und sozialen Bewegungen, und ihre eigenen kreativen, äh, ja, Wimps, also so, Weinerlichkeiten, ja, was machst du jetzt? Ich bin ein, äh, Poet für Kinder, ich schreibe ein paar Anthologien, äh, für unsere Kinder, ähm, die ihr bestimmt schon in der Schuhbibothek gesehen habt, äh, zwischen Between the Angry Spaces 2007, und River, 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 2012, wunderschön, und, Steven, hallo Steven, also irgendwie, ich dachte jetzt irgendwie, äh, ich kann mich gerade an irgendjemand erinnern, dann, äh, gerade sage ich ja an, äh, nee, ich dachte gerade, der erinnert mich so ein bisschen an, äh, wie heißt der, Bill Gates, aber nee, überhaupt nicht, wie kommt denn diese Assoziation zustande? Äh, fühlt sich ein bisschen komisch an, dass ich diesen, äh, Bauer seit so, nach so vielen Jahren verwende, aber ja, ich bin es, ich bin Tim. Nein! Ja, der gleiche Tim, über den du, sicher im Jahre 2000 gehört hast. Oh, ich bin in den Knacken, ach du Scheiße, das ist der Psycho Timageddon, ich glaub's nicht. Oh Gott! Mit dem müssen wir jetzt zusammenarbeiten. Das macht mir ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich mit dem zusammenarbeiten möchte, also, mein erblickt, der guckt mir richtig in die Seele. Ich bin nicht um. Ähm, ja, ich bin genau der, der in den Knast gegangen ist und sechs Jahre seines Lebens dort verbracht habe. Ich bin jetzt ziemlich anders. Ähm, wie jeder sozusagen, äh, nach seiner Jugend ist. Hast du das verwendet? Ja, 98 bis 99, Punkt, 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 ja. Hast du irgendwas Peinliches gemacht? Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Peinlich ist nicht das richtige Wort für das, was ich, äh, ausgelöst habe. Ich denke immer noch jeden Tag darüber nach und, äh, ich bin, es tut mir sehr, 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 sehr leid. Ich war ein, äh, ich war so ein Kind, das halt mit Technik so ein bisschen herumhantiert hat, ja, und, äh, ich hab überhaupt nichts davon gewusst. Ja, sozusagen hat er hier mit, mit Sachen gespielt, wovon er keine Ahnung hatte und, äh, das ist ihm dann auf die Füße gefallen. Meine ganze Welt, äh, hat sich, äh, darum gedreht, ein, ein Mädchen zu beeindrucken, ähm, mit dem ich halt, äh, ja, mit der, mit der ich in Verbindung stand und, äh, also bin ich in diese Hackergruppe gekommen und ich hatte alles gemacht, um sie zu beeindrucken oder irgendjemanden zu beeindrucken. Ich hatte keine Idee, dass ich, äh, dass ich da in der Lage gewesen wäre, Leute, äh, zu schädigen mit der Software, die ich gemacht habe. Es war alles so, 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 so dumm. Was machst du jetzt? Ich, äh, arbeite in der Computersicherheit und lebe ein, äh, zurückgezogenes Leben mit meiner Frau, meiner Tochter. Okay. Und tschüss, ich will das nicht, wenn wir das nicht mehr angucken. Ich will das nicht mehr erzählen. So, was ist das jetzt hier? Mindcrash. Das hier zwei, äh, Mindcrash. Oh, hier haben wir nochmal, das müssen wir uns natürlich auch nochmal durchlesen. Aber das war, und die Sachen, okay, das ist einfach nur, die Seite lesen wir uns auf jeden Fall durch. Der Jahr 2000 Mindcrash. Das Ende der Schlafenzeit. Der, äh, Jahr 2000 Mindcrash war, der, das Jahr 2000 Event. Äh, da, ohne das, äh, äh, ja, ohne, ohne das Ding wären halt so die größten, Y2K-Probleme, zwei, äh, nicht funktionierende Bustickets, äh, zwei nicht validierende Busticket-Maschinen in, äh, Australien, und, äh, ein, ja, so eine Handvoll, ähm, ja, enttäuschte, Endzeit-Prediger. Ähm, äh, der Mindcrash, äh, war nicht, äh, war nicht die, äh, Schuld von einem Computerprogramm, oder ein, äh, ja, datenbezogenen, äh, oder tagbezogen, ein tagbezogenen Bug, oder Fehler, ja, es wurde, es wurde, ja, es war sozusagen ein, äh, außer Kontrolle geratener, ähm, Witz-Virus, ja, der von einem Teenager, ähm, kreiert wurde, äh, als ein Versuch, ein anderes, äh, Untergrund, ein anderes exklusives Untergrund, Hacker-Mitglied-Mädchen zu beeindrucken, Timmer Geddon, der Teen-Hacker, Creator of Mindcrash, Timothy Randall Stevens, der kalifornische Teenager, äh, Teenager-Hacker, war, ähm, ja, war verantwortlich für den Jahr 2000 Mindcrash-Virus, ähm, das mindestens, äh, mindestens sechs Hypnospace-User tot hinterlassen hat, und es war, äh, der erste Charge in Federal Court, äh, das war sozusagen das, äh, der erste Fall für, äh, Manslaughter, also für, äh, Manslaughter, ist das Mord direkt, oder, nee, das ist sowas hier wie, äh, Totschlag, oder? Äh, weiß ich gar nicht, beibei auf, äh, Bezug, also sozusagen das in Bezug auf Computerhacking, also der erste Fall, wo Computerhacking dazu eben geführt hat, und, äh, zu dem, äh, Rechtsspruch führte, oder zu dem Urteil. Stevens, äh, der im Hypnospace-User-Namen Timmer Geddon bekannt war, wird jetzt sechs Jahre im Knast bringen, äh, verbringen, bis zum 31., äh, Dezember, Stevens, und da geht's nicht weiter. Stevens hat sechs Jahre im Knast verbracht, und, äh, ist als eine, ja, veränderte Person herausgekommen. Er hat, ähm, er hat mir sozusagen, äh, er hat mich angeschrieben, oder hat mich kontaktiert letztes Jahr, äh, weil er mir helfen, also bezüglich, äh, dass ich helfen soll, äh, mit dem HAP, und wir sind sehr glücklich, ihn zu haben. Er arbeitet momentan an einem Programm, das uns helfen soll, die Dateien von Special Enforcer, ähm, von den Special Enforcer-Kopfbändern einzubehalten. In Tims Wörtern. Hallöchen alle, ich bin, äh, hier ist Tim Stevens. Ich hoffe, dass, äh, nach zwei Dekaden, äh, dass ihr da in der Lage seid, mir zu vergeben, und dass er versteht, dass ich, äh, nicht die Person bin, die ich im Jahr, also die ich mit dem Alter, im Alter von 16 Jahren war. Meine Aktionen damals, äh, waren sozusagen von tiefgreifenden, äh, tiefgreifenden Unsicherheiten getrieben. Ich habe eine lange Zeit, äh, ja, mit meinem Schmerz gerungen, den ich anderen Leuten zugefügt habe, und ich habe auch versucht, eben, äh, ja, sozusagen das, ja, mit den, äh, überlebenden Familienmitgliedern, äh, der Verstorbenen, mich, äh, gutzustellen, ja. Die Dinge, äh, waren ziemlich schwierig, nachdem ich mein, äh, nachdem ich den Knast verlassen habe, aber ich freue mich, äh, dass ich sagen kann, dass ich, äh, ja, sozusagen, äh, gesegnet bin mit einer Frau und einem kleinen Mädchen, also, ja, seiner Tochter. Ich bin offen, äh, mit jedem zu reden, der Fragen hat. Ach, du Scheiße, no, nee, die kennen wir ja, die kennen wir ja ein paar Leute davon. Nein, die Victims, die Opfer, Dark Twilight Tiff, Tiffany White, seine Geliebte, seine, also, sein Schwarm ist gestorben. Ach, du Scheiße. Citizen 005, Mavis N. Greeden, weiß ich gerade gar nicht mehr, Rodney, gar nicht mehr, Burn Rubber, Ring und Zayn Rocks. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, das ist Kacke, ne? Das ist wirklich... Was haben wir uns ja eigentlich gerade runtergeladen, wenn ich mal fragen darf, äh, One-Legged Man. Okay. You crashed and you burned, your time is the shoulder man himself. Okay, das ist die Textdatei. Das ist jetzt erst mal nicht so wichtig. Was vielleicht jetzt wichtig ist, ist... Kann ich nicht. Ähm, ja, jetzt müssen wir erst mal gucken, hier, diese, diese Dinger, diese Files müssen wir noch schaffen. so. Ähm, also diese offenen Fälle. Was mache ich denn, sag mal? Hier, ich bin doch schon richtig. So. Also der Fall war von wegen irgendwas, von wegen, können wir mal nach Flipflop suchen. Flip. Flop. Wie wär's mit Flip? Nicht Punktflop, sondern Bindestrich. Flop. Ja, vielleicht müssen wir einfach... Die Frage ist natürlich, wann sollen wir da suchen? So, weißt du, das ist halt so die, die Frage. Hä? Huch. Okay. Ah, hier können wir zwischen den... Jetzt verstehe ich das erst mal. Jetzt können wir hin und her springen. Connys Connection. Es ist wahr, Connys Connection schließt. Die Community ist ausgetrocknet. Es gibt keinen Grund, das hier fortzuführen. Ich sehe, dass hier dabei... Netzhettler... Ich muss jetzt heute mal gucken, jetzt mal so zur Info. Was, was ist jetzt genau meine Aufgabe? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, hier. Ähm. Ja, die gibt's ja logischerweise jetzt nicht mehr. Alles klar. Blablabla, lost early song demo tape. Das heißt ja eigentlich, wäre es ja sinnvoll, jetzt Flipflop so früh wie möglich zu suchen. Vielleicht sogar ganz am Anfang. Jetzt suchen wir mal Flipflop. Da müssten wir ja ein paar Sachen... Da müssten wir ja ein paar Infos bekommen eigentlich. Oh, das ist er doch hier. Die inoffizielle Seite vom Hip-Hop und Flipflop-Meister. Red Strike. Das klingt doch gut. Ja, Neuigkeiten. Red Strike ist der neue LD-Push. Äh, blablabla. Äh, der in seinem Label jetzt hier tätig ist. Already got a disc. Dum-dududum. Stick hier, damit du... Funny connections important. All images and music. Ja. Hier ist mein Cover. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken. Ja, checkt meine Flipflop-Demo auf meiner Homepage. Ist das nicht deine Homepage? Also es ist die inoffizielle Seite, als immer zumindest dass der Typ Red Strike heißt, ne? Red Strike, da müssen wir ja... La la la, hier ist ein Picture von ihm, bla 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 Ey, warte, hier steht doch... Ich habe diese Lead Single Push auf meine Seite gelegt für Enjoyment Push, bla bla bla... Aber ich kann es halt nicht runterladen Was passiert denn, wenn ich jetzt hier ein bisschen in die Zukunft gehe? Okay... Connies Connection... Wenn ich jetzt hier hingehe... Ah, okay... Ah, ist interessant... Das ist ja krass... Download Push, jetzt können wir es... Ach du Scheiße... Das ist ja krass... Was da für Arbeit dahinter stecken muss... Also haben die die ganzen Seiten dann auch nochmal in verschiedenen Zeitstadien... In verschiedenen Diachronen-Zuständen gestaltet... Das ist ja krass... Oh... Ist es das jetzt? Ja... Aha... Das ist wahrscheinlich das Richtige, oder? Weil es äh... Hm... Ja, das wird wahrscheinlich zu früh sein, oder? Also ich brauche ja eine ganz frühe Version eigentlich... Das heißt ja, äh... Unofficial und konnte Flipflop Master Red Strike... Wenn ich über Flipflop suche, dann komme ich ja wahrscheinlich nicht... Auf die offizielle Seite will ich halt kommen, ne? Äh... Oder ich muss wieder... Was ich natürlich auch machen könnte... Ist seine Tag-Nummer da wieder mehr angucken... Ja... Warte mal... Das werde ich mir mal festpinnen... Ne, das meine ich nicht... So... Gucken wir mal... Also... Sei... Äh... Müssen wir... F... Eine andere... Illegale... Download-Seite... Ja... Hier müsste es aber eigentlich kommen... Wenn es denn eine Fliss-Seite gibt... Hypnospace Dezember 31.1999... Existiert also nicht... Naja, wie gesagt, ne... Für die letzten Dinger werde ich ja wirklich mal die... Ähm... Ja... Gucken wir mal alles löschen... Wie gesagt, die letzten Sachen werde ich jetzt mit Komplettdöse machen, weil wie gesagt, ne... So... Ähm... So... Bla, bla, bla... Mhm... Äh... Da, 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 da... Still... Was denn... Search for... Ja, haben wir doch gemacht... Oder nicht? Also Search for Flip-Flop... Haben wir gesucht... Flip... Flop... Da kommt... Heaven Jail... Kevin Jail... Flip-Flop... Two free songs... Downloading Redstricke Puss H... 1... Redstricke Remember Me... Ist es das, dass wir versuchen müssen... Wir haben noch keine Nachricht bekommen... Also hier steht... In... 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 Im... In... Hier... In... 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 Ja, äh, weiß natürlich jetzt nur nicht, du hast ein Augenblick und du riechst eine Nachricht von Tamara. Gut, aber sie hat mich noch nicht kontaktiert, also irgendwas mache ich jetzt hier scheinbar falsch, also. Das Ding habe ich mir auch schon runtergeladen, das ist der nicht, also. Download Push haben wir uns runtergeladen, Download Remember Me, Remember Me, Remember Me. Ey, Tamara schreibt mir aber nicht, also, scheinbar mache ich irgendwas falsch, wartet mal ganz kurz, ich guck da nochmal nach. Okay, ich habe es gefunden jetzt, ne. Ich habe es nicht durch Flip-Flop gefunden, ich habe einfach den Namen nochmal eingegeben. Aber das ist furchtbar. Jetzt lade ich mir das runter, dann müsste ich es eigentlich... Oh ja, wunderschön. Die Sachen haben wir jetzt runtergeladen, vielleicht ob das einen Unterschied macht, zu welchem Zeitpunkt wir das uns ansehen. Download in Capcom unter Strich Buffet heißt direkt 2. Eigentlich müssen Tamara... Important Message Received from HAP unter Strich Tamara. Important Message Received from HAP unter Strich Tamara. Ja, jetzt hat es uns, äh, auch das Risiko, dass ich wie einer, ja sozusagen so einer, äh, ruhmbesessene Klinge, äh, muss ich sagen, dass ich das, äh, äh, dass dieser Fund wirklich eine enorme Hilfe für uns und dem HAP sein wird. Kev G ist der heißeste Flip-Flopper heutzutage. Und seine Fans... Okay, Tamara schreibt mir privat irgendwas. Ähm, und seiner, ähm, Mitleute, bla bla bla, werden das wirklich auffressen vor Freude. Seine, ähm, Aufnahmen sind so niedlich auch, ne. Äh, gerade das, äh, das ist das Buffet-Ding. Was passiert denn jetzt? Oh Gott, jetzt werde ich ja voll gespammt. Samara, mhm. Mein Name ist Samantha. Aber du kennst mich auch als Chelsea. Hier, warte ein paar Sekunden, ich zeig dir was. Ein paar Nacktbilder von mir. Oh Gott, ist das gruselig. Ja, okay, soll ich jetzt... Was willst du zeigen? Ja, ähm, wenn du zurückschaltest auf Samantha's Account, habe ich etwas sehr, sehr Wichtiges dir zu erzählen. Warte auf mich. In der Zwischenzeit... Mach mir Archivskedöns oder irgendwas in der Richtung. Ich hab dir viel zu erzählen. Ich brauch deine Hilfe. Okay, jetzt wird's interessant. Vor langer Zeit war ich ein, äh, überarbeiteter, war ich eine überarbeitete Angestellte von Merchantsoft. Du kannst immer noch mein Bild auf der Team-Seite sehen. Ähm... Während wir uns sozusagen hier zusammengeworfen haben, um das Hypno-US Jahr 2000-Update hinzubekommen, ähm, Dylan Merchant, äh, dann an etwas... Also an... Ja, warte doch mal einfach. So schnell bin ich doch gar nicht. Äh, also an das gearbeitet, worauf er halt gerade Bock hatte. Fliss, irgendwas komisches, ein großes Spielprojekt. Ich hab ihn auch dabei erwischt, wie er in einer Hackergruppe rumgehangen hat. Ein paar Stunden, bevor wir live gegangen sind mit dem Update, wurde ein gigantisches Software-Paket, äh, geuploadet. Äh, irgendwo anders, äh, im Gebäude, ja. Während, äh, sich jeder sozusagen vorbereitet hat für die Merchantsoft-Neujahrsparty. Ich glaube, ähm, dass ein Software-Patch, ähm, hinzugefügt wurde im Jahr 2000-Update von Dylan. Okay. Indem er halt so Last-Minute-Änderungen hineingefügt hat, die diesen Y2K-Crash-Mindcrash verursacht haben. Ich hab doch gewusst, dieser... Der ist halt auch total komisch. Also ganz ehrlich, ich meine, ne, ihr wisst noch, wie der reagiert hat. Dieser Dylan, als wir, äh, das mit Flist aufgelegt haben. Ich meine, der hat das auch einfach mal, hat uns einfach mal rausgeschmissen und wir haben unseren Zug, äh, Griff verloren. Also, dass der auch so ein bisschen Psycho ist, kann ich mir schon vorstellen, ne, okay. Ich glaube, dass Dylan Merchant, äh, verantwortlich ist für die resultierenden Tode. Ich glaube, dass Dylan, äh, Tim erlaubt hat, ein, äh, Mitglied oder so, ne. Also, ein Mitglied dieser Gruppe, ähm, den wir auch als Tim O'Gaddon kennen, ähm, dafür, äh, verantwortlich gemacht zu werden für dieses Desaster. Und dafür hat er sechs Jahre, äh, seines jüngsten Lebens im Knast verbracht. Ähm, ich brauch deine Hilfe, um es zu beweisen. Details kommen noch. Samantha. Oh Gott, äh, äh, ich brauch dich, um, äh, private, also, um ein paar, ähm, ja, Daten, um einen Zugriff auf ein paar Daten zu erlangen, die das beweisen. Merchant Soft wusste, dass, äh, das, äh, Jahr 2000 Update nicht bereit war. Hypnospace, äh, wusste, dass die Technologie, ähm, ja, schädliche Effekte auf seine User haben konnte. Ich erinnere mich daran, dass, äh, Dylan eine Angstattacke hat, oder so eine, nicht Angstattacke, sondern so eine, ähm, ja, äh, wie nennt man das hier, ähm, überarbeitet ist, einfach so eine Art Nervenzusammenbruch, ne, oder so, also, äh, eine Panikattacke kann man so nennen, sagen wir es mal so, äh, bezüglich einer, ähm, ja, einer Sicherheitslücke, äh, direkt vor Y2K, so, äh, vielleicht solltest du, äh, im Untergrund gucken. Ähm, ich habe dieser E-Mail einen Installer hinzugefügt, äh, der einen Submit-to-SAM-Button, äh, deinem HSPD-Enforcements-Toolbar hinzufügen wird. Äh, du kannst den SAM-Hammer verwenden, wenn du irgendwas, äh, äh, weil du mir irgendwas direkt senden möchtest, ohne dass der Rest des HAP-Teams, äh, okay, ähm, kontaktiert wird. Ähm, wenn du diese Information findest, hast du irgendeine Idee, was passieren wird, äh, wir, wir können, äh, wir können sozusagen darauf hinarbeiten, dass, ähm, ja, Gerechtigkeit passiert, ähm, ohne es einer anderen Seele zu erzählen. Bist du bereit, Partner? Okay, das ist ja krass, okay. Das ist ja ein richtiger Verschwörungstheorie, vielleicht gar nicht Verschwörungstheorie, vielleicht stimmt's ja sogar, wir wissen's nicht. Aber ich würde sagen dazu, das werden wir in der nächsten Folge, oder in der übernächsten Folge, wie lange das dauert, ich weiß ja nicht. Aber, ähm, achso, das ist hier bezüglich dieses Dingens, ich weiß nicht, was ist das? Äh, ja, aber, ähm, wir müssen uns noch, bevor wir es vergessen, diesen Button noch runterladen. Und zwar, SAM-Hammer. So. Insta-Subminderung, okay, machen wir das mal. Alles klar. Gut, Leute, da haben wir das jetzt, äh, installiert, da müssten wir jetzt eigentlich diesen besagten Hammer da in unserer, in unserem Werkzeugkasten haben. Send to Sam. Okay. Da bin ich mal gespannt, wir sind ja scheinbar da, Intriger auf der Spur, ne. Das wäre natürlich krass, wenn der wirklich daran schuld wäre, dieser Dylan, ja. Und dann wirklich so ein Teenager, ja, da können wir, das gucken wir in unserer nächsten Folge an, aber es wäre natürlich krass, wenn der wirklich diesen Teenager mehr oder weniger, äh, dafür, sozusagen, ne, für das Verbrechen geframet hat. Das wäre natürlich ziemlich krass. Aber wir werden es sehen, ja. Also, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Hypnospace Outlaw wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.